Diese Bilder, die wir jetzt anschauen, sind aus der vorletzten Nacht. Ich habe so irre viele Mails erhalten und habe ein paar Bilder einfach punktuell rausgesucht. Ich habe euch auch noch nicht zurückgeschrieben, weil es einfach sonst zu viel wäre. Es ist eh schon spät. Wir haben jetzt kurz vor sechs und ich zeichne das auf. Gab noch ein paar technische Probleme. Drum erstmal kollektiv vielen Dank für eure ganzen Mails und eure ganzen Bilder. Grüße Sie und Grüße euch und danke fürs Verständnis. Das hier ist aus dem oberen Vogtland. Einfach wunderbar. Wenn da jetzt Fragen aufkommen, warum manche heller sind und manche weniger hell, das liegt an der Belichtungszeit. Man konnte das alles mit bloßem Auge erkennen und wenn man zum Beispiel eine Handykamera genommen hat oder eine richtige, ordentliche Kamera, Spiegelreflexkamera und hat die Belichtungszeit verlängert, dann ist das eben intensiver gewesen, wie zum Beispiel hier im oberen Vogtland, beim Riki in Kolditz in Sachsen. Übrigens diese Variante war in der ersten Welle und die in der zweiten Welle von den Farben her. Und hier nochmal etwas aus Landsberg am Lech. Das ist dann allerdings mit ganz kurzer Belichtung aufgenommen worden. Der Himmel war da lila. Ebenso in Tschechien auch so lila, rosa, grünlich. Im Siegerland auch und hier über Bad Kreuznach ebenfalls und eines der schönsten Bilder, wie ich persönlich finde, mit den Schattierungen. Vordergrund macht Bild gesund bei Erlangen vom Daniel. Soweit zu diesen ganzen Fotos. Die sind einfach sensationell. Werden wir irgendwann sicherlich nochmal zusammenstellen. Ich habe auch noch ein paar Video-Zusammenschnitte bekommen. Machen wir dann an anderer Stelle. Wir gehen jetzt mal zum normalen Wetter über. Und da habe ich hier ein Bild von Markus bekommen, von Markus Bauer, der einen Blick vom Wank fotografiert hat. Im Hintergrund das Wettersteingebirge mit der Zugspitze. Jetzt war ich gestern Nachmittag auf einem Berg hinter dem Wank. Da ist der Wank und hier eben das Foto dann Richtung Zugspitze. Da waren dann ein paar Quellwolken. Wollte ich nochmal die Relation zeigen. Hier ist der Wank dann ein bisschen niedriger. Und oben waren noch ein paar Schneefelder. Und wir nehmen jetzt einfach ein ganz, ganz, ganz neutrales Hintergrundbild und nennen es, es kippt wieder zurück. Aber langsam. Wir haben jetzt keinen brachialen Wettersturz. Ganz im Gegenteil. Das wird jetzt sich jetzt langsam entwickeln. Und im Nordosten werden wir von einem Wettersturz überhaupt nichts merken. Da geht es einfach sonnig und warm weiter. Und irgendwann im Laufe der Woche kommen ein paar Schauer und Gewitter dazu. Wir schauen uns mal die gemittelte Wetterlage an für den 20. Mai. Da haben wir das Azorenhoch mit einem Keil Richtung Westeuropa und ein Hoch über Russland. Wir liegen dazwischen. Und hier gibt es so eine Beule drin. Das ist so ein Trog in 5,5 Kilometer Höhe. Da nistet sich ein Höhentief ein. Und das bringt immer wieder Schauer und Gewitter, teils auch mal längere Regenfälle. Und da wir im Osten wärmere, im Westen kühlere Luft haben, können da auch enorme Niederschlagsmengen runterkommen. Aber das dauert noch, bis das dann soweit ist. Und im Vergleich zum langjährigen Mittel bleiben wir in der Osthälfte zu warm. Und dann, ganz interessant, eine Woche später passiert genau das Gegenteil. Im Vorfeld eines Tiefs wölbt sich dann Höhenwärme auf in 5,5 Kilometer Höhe. Wohlgemerkt alles im Mittel. Und dann kommt es zu einem Rücken. Nicht mehr einem Tal, sondern einem Hochdruckrücken, mit der immer mehr Wärme herantransportiert wird. Und glaubt man dem Mittel der Berechnungen, dann würde es Ende des Monats richtig sommerlich werden. Das wäre dann definitiv der Durchbruch in den Sommer und den Frühling verlassen wir dann. Die Frage ist nur, wie lange hält das an und kommt das so? Alle Hauptläufe, ob das der Nullerlauf von gestern war, der Sechser, also der Vormittagslauf, der Abendlauf und der Nachtlauf, haben allerdings hinten raus dann eher eine kühle Witterung berechnet. Schauen wir ganz kurz auf die Ensembles und gehen einmal nach Wesel an den Niederrhein. Denn die rote Linie kennt ihr im Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Und die weiße Linie das Mittel aller Einzelberechnungen, die wir wiederum in Bund finden. Unten die kalten Läufe, oben die warmen Läufe, geht weit auseinander. Und hier haben wir es mit den Niederschlagssignalen zu tun, die vorübergehend immer wieder stark aufflackern und bis zum Ende des Vorhersagezeitraums bleiben. Nach dem amerikanischen Modell und das europäische Modell ist da auch etwas offensiver. Und dieser Wettersturz, wir gehen nochmal zurück, würde sich dann um 4, 5 Grad in der Luftmassentemperatur handeln. Und beim europäischen Wettermodell wären es nur wenige Grad, also kaum spürbar. Und für Zittau beispielsweise, da zeichnet sich überhaupt nichts ab. Die Temperaturen laufen hier gradlinig weiter. Irgendwann kommen mal ein paar Schauer und Gewitter dazu, sonst passiert wenig. Und auch das europäische ECMWF-Modell macht hier temperaturtechnisch so gut wie keine Veränderung. Ganz im Gegenteil, da wird es sogar wärmer, da stürzt nichts ab. Es kommen dann allerdings vermehrt Niederschläge dazu. Die wollen wir uns mal kurz anschauen. Das ist das europäische ECMWF-Modell gestern mit dem Frühlauf. Da haben wir vor allen Dingen im Westen intensive Niederschläge gehabt. Und mit dem Abendlauf ebenfalls im Westen sehr, sehr intensive Niederschläge. Dann gab es noch vom amerikanischen Modell für die nächsten 16 Tage den sogenannten Sechserlauf, der im Westen und Südwesten auch enorm viel Regen gebracht hätte. Im Nordosten so gut wie gar nichts. In den Alpen sehr viel, vor allen Dingen auf der Alpensüdseite. Der Abendlauf war dann wieder ein bisschen ausgeglichener. Vor allen Dingen rund um die Alpen ergiebige Niederschläge. Und der sogenannte 18er hätte immer mal wieder starke Regenfälle gebracht. Die meisten auf der Alpensüdseite wieder im Südwesten und dann auch mal ein Bommel in Mecklenburg-Vorpommern. Ihr seht also, das ist so ein Hin und Her und hat mit diesem Höhentrog zu tun, der über uns läge. Und auch welcher Lauf dann kommt. Mal geht es rauf, mal geht es runter. Wir müssen uns definitiv rantasten. Natürlich besteht da Unwetterpotenzial in den nächsten Tagen. Aber wir haben eine ganz normale Witterung für diese Jahreszeit, die leicht überdurchschnittlich ist. Und auch die Temperaturen werden nicht großartig in den Keller rauschen. Es geht eigentlich im Prinzip so weiter, wie wir es letzte Woche hatten, dass wir jetzt an diesem verlängerten Wochenende nur eine Unterbrechung der Wetterlage, die schon eine ganze Weile da ist. Von der Sonnenscheindauer her war gestern einiges los. Im Südwesten viel Sonne, auch rund um die Nords, im Nordosten ein bisschen weniger. Die Tiefstwerte lagen zwischen 14 Grad im Westen, 2 Grad in Oberstdorf beispielsweise und im oberen Erzgebirge. Und die Tiefstwerte am Boden, die Eisheiligen lassen grüßen, haben dann nochmal in den Muldenlagen Nachtfrost gebracht in 5 cm Höhe. Was auch normal ist bei dieser Wetterlage. Wir haben es damit relativ trockener Luft zu tun. Höchstwerte 13 Grad an der Ostsee, 27 Grad in Barkhäusl. Das war der wärmste Ort. Es gab einige Orte mit 25,0 Grad plus x, aber hauptsächlich im Südwesten. Es war nicht so wahnsinnig verbreitet und schon gar nicht für ganz Deutschland. Schauen wir uns die Wetterlage an. Für die kommende Nacht, da haben wir dieses Hoch über der Ostsee liegen. Da gräbt sich das Tief ein. Wir sind auf der Vorderseite des Tiefs. Warme Luft ist noch da. Dieses Tief wird dann immer weiter Richtung West- und Südwesteuropa schlurfen bis Donnerstag. Im Nordosten starke Isobar-Andrängung, liniengleichen Luftdrucks. Das heißt Ostwind im Südwesten kommt etwas kühlere Luft an und es vermischt sich dann. Das sind jetzt keine kalten Temperaturen. Und das Tief bleibt dann oder soll da bleiben bis zum Pfingstwochenende. Es liegt über Westfrankreich und bringt uns immer wieder Einfluss. Mal mit kühlerer, mal mit wärmerer Luft, sodass wir Föneffekte haben. Da flackert dann mal Sommerwetter durch oder Frühsommerwetter. Dann gibt es wieder eine Abkühlung, mal mehr, mal weniger Schauer und Gewitter. Und wenn diese Schauer und Gewitter stationär stehen, dann kann es eben zu diesen großen Niederschlagsummen kommen. Der heutige Muttertag ist sonnig. In der Nordhälfte super sonnig. Es besteht über den Mittelgebirgen eine leichte Schauer- und Gewittergefahr gegen Abend. Und über den Alpen, vor allem auf der Alpensüdseite auch. Der Wind kommt aus östlichen Richtungen und die Temperaturen steigen auf 14 Grad mit auflandigem Wind an der Ostsee. Und wieder 28 Grad in Waghäusl beispielsweise, die hier theoretisch möglich sind. Der große Rest liegt bei 17 bis 25 Grad. Morgen haben wir schon zum Start in den Tag in und an den Alpen Regen und Gewitter, im Südwesten auch. Und das Ganze wird im Laufe des Tages ein bisschen weiter nach Nordosten ziehen mit Schauern und Gewittern. Im Nordosten selber ist und bleibt es beim strahlenden Sonnenschein. Sonst kommen diese Schauer und Gewitter eben zu uns gezogen, mal mehr, mal weniger. Der Ostwind verlagert sich in die Gebiete nördlich von Mosel und Main. Die Temperaturen liegen bei 16 bis 26 Grad. Am Dienstag setzt sich mit dem Ostwind wieder trockenere Luft durch. Und diese ganze Strömung, die da kommen sollte, ist dann weiter weggedrückt. Versucht es aber wieder. Und so haben wir im äußersten Westen und Südwesten Deutschlands ein paar Schauer und Gewitter, die sich dann hier bis zum Abend reingraben. Der große Rest hat weiterhin strahlenden Sonnenschein. Bei stark böch auffrischenem Ostwind. Und auf der anderen Seite kommt von Frankreich her Westwind auf. Die Winde prallen aufeinander. Die Luft wird zum Aufsteigen gezwungen und es entsteht diese Schauer- und Gewitterlinie. Die Temperaturen liegen bei 17 Grad in der Westschweiz mit Regen und bei bis zu 28 Grad mit ablandigen Windföhneffekten. Nicht ablandig, doch vom Berg kommt darunter mit Föhneffekten beispielsweise von Fröndenberg bis Aachen rüber. Am Mittwoch die Zweiteilung beim Wetter. Der Nordosten bleibt sonnig, warm und windig. Der Südwesten ist wechselhaft mit häufigen Regenfällen, teils auch Gewittern. Und eben entsprechend kühler, aber nicht so windig. Am Donnerstag kommt dann die feuchtere Luft weiter in den Norden herangezogen. An der Ostsee bleibt es sonnig. Die Temperaturen liegen zwischen dem Regen mit 12 Grad und 24 Grad mit Sonnenschein. Gewitter sind dabei am Freitag im Norden weiterhin sonnig. Sonst Schauer und Gewitter mit Sonne zwischendurch. 10 Grad im Regen, 24 Grad mit Sonnenschein. Am Samstag auch so ein Gewusel zwischen Sonne, Wolken und Schauern und Gewittern. Am Pfingstsonntag werden die Schauer und Gewitter teilweise wieder zahlreicher. Es ist ein ständiges Hin und Her, auch mit dem Temperaturrange. Und der Pfingstmontag würde nach derzeitigem Stand der Dinge dann mehr Schauer und Gewitter bringen, die auch Unwettergefahr bringen könnten. Wir müssen im Konjunktiv bleiben. Da ändert sich einfach viel zu viel. Und der Temperaturrange bleibt uns erhalten. Das heißt, es ändert sich eigentlich von den Temperaturen. Das haben wir eben gesehen bei den Ensembles. So gut wie gar nichts. Es kommt nur mal zwischendurch Feuchtigkeit dazu. Sind wir, wir sind bei den Ensembles hier für den Norden Deutschlands. Über 20 Grad, dann knapp unter 20 Grad, wieder etwas über 20 Grad. Da kommen Schauer und Gewitter dazu, wie es sich für diese Jahreszeit gehört. Im Westen auch Werte von um die 20 Grad, um die 15 Grad, wieder Richtung 20 Grad. Die ganze Zeit Schauer und Gewitter, mal mehr, mal weniger. In der Mitte auch alles so um die 20 Grad vorübergehend, ein bisschen drunter. Dann geht es wieder Richtung 20 Grad im Mittel mit Schauern und Gewittern. Im Osten weiterhin Frühsommerwetter. Erst bleibt es die ganze Zeit trocken, Werte von über 20 Grad. Dann kommt ein gewisses Schauer- und Gewitterrisiko dazu. Das ist bei Weitem nicht so ausgeprägt wie im Westen und Süden Deutschlands. Und die Temperaturen bleiben auch hier höher. Und ihr erkennt, da bleibt es einfach warm. Da passiert nicht viel. Es wird zwischendurch mal ein bisschen nass. Im Süden Deutschlands Temperaturen um und etwas unter, dann wieder Richtung 20 Grad. Mal mehr, mal weniger Niederschlagsignale dabei. In Zürich, in der Schweiz genauso. Erst deutlich über 20, dann etwas unter 20, später wieder um die 20 Grad. Immer wieder mit Niederschlagsignalen. Und in Wien, in Österreich ebenfalls alles so um die 20 Grad. Mal ein bisschen darüber, mal ein bisschen darunter. Hinten auffälligerweise leicht ansteigende Temperaturen. Und der Hauptlauf, den ich eingangs erwähnt habe, bleibt weiter unten. Und die Niederschlagsignale bleiben da einfach. Also, es wird zwar wechselhafter werden, aber die Temperaturen machen vor allen Dingen dann, wenn die Sonne rauskommt, überhaupt keine Bewegung nach unten. Sondern nur, wenn es regnet, dann wird es halt kälter. Aber das hat nichts mit einem Wettersturz zu tun, sondern einfach dadurch, dass die Sonne fehlt. Apropos Sonne. Der Günther war unterwegs und er hat gemessen oder messen lassen. Und wie viel da insgesamt an Winterbilanz da war, das hat er uns erzählt. Sau spannend und richtig schön da. Bis später. Hallo Kai, liebe Wetterfreunde. Ich bin unterwegs in den Hohentauern und vor mir ist der berühmte Groß-Venediger. Und jetzt geht der Blick weiter zur Glocknergruppe, zum Johannesberg. Und jetzt in der Mitte ist die hohe Riffel. Und links mit der Wolke dran, das ist das Wiesbachhorn. Und vor uns ist der Fileckboden vom Stubacher Sonnenblickkäse. Und da machen wir jetzt die Winterbilanzmessungen. Also wie viel Schnee hat es quasi seit Oktober da gemacht. Und heute ist der 11. Mai. Und heute schauen wir uns das mit der Lawinensonde an. Und ich bin schon gespannt auf die Ergebnisse. Schneemessung am Stubacher Sonnenblickkäse am 11. Mai 2024 auf 2750 Meter Seehöhe. Und die Elea zieht jetzt eine Sonde raus. Die ist 5,40 Meter hoch. 5,40 Meter hohe Sonde, die hat vorher ein bisschen rausgeschaut. Das heißt, die Schneehöhe hier ist 4,90 Meter. Nach einem schneereichen Winter eine doch sehr beachtliche Schneehöhe.